Dann sind wir fast am Ende. Ich würde nur gerne von Ihnen allen, also auf dem Podium sitzenden, einen Satz noch hören. Einen Satz noch hören. Worüber werden wir zum 50-jährigen Bestehen des Begabtenförderungswerkes reden? Was ist in zehn Jahren das Thema? Sind wir noch bei den gleichen Sachen oder haben Sie eine Idee, was es sein wird? Jeweils bitte wirklich ganz kurz. Wir fangen einfach der Reihe nach einmal durch an. Wir werden nach wie vor Veranstaltungen machen zum Thema Aufstieg durch Bildung, aber wir werden kein Ausrufezeichen dahinter machen, sondern ein Fragezeichen. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Internationalisierung der Arbeitswelt den politischen Glaubenssatz der liberalen Bildung gleich Aufstieg zunichte macht. Also wir werden in Deutschland auf jeden Fall über die weitere Differenzierung reden müssen. Wir brauchen jeden Menschen, auch rein demografisch. Das heißt, wir müssen jeden dort abholen, wo er ist. Das heißt also Bildungschancen für alle an jeder Stelle, wo junge Menschen eben zu holen sind an der Stelle. Das wird die Diskussion sein. Frau Urbart. Ich hoffe, dass wir uns zum 50. darüber freuen können, dass Sie viele Stipendiatinnen und Stipendiaten haben, die aus nichtakademischen Familien kommen und als erste in ihrer Familie studieren. Und vielleicht reden wir ein bisschen umfassend, als das heute möglich war, über die tollen Leistungen der Begabtenförderung in der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Sie haben ja gehört, ich konnte eine Evaluationsstudie machen. Die Geschäftsführer zweier anderer Stiftungen haben, glaube ich, den Raum verlassen inzwischen, sodass ich sagen kann, die Friedrich-Naumann-Stiftung ist wirklich gut in diesen Dingen. Vielen Dank. Vielen Dank.